Gut, ich meine, in der Phase waren jetzt alle große Vereine dabei, die auch schon viel erreicht haben in der Vergangenheit. Ja, es ist natürlich schon ein harter Brocken, gar keine Frage. Er ist aktuell englischer Meister, ist jetzt in der jetzigen Saison sehr, sehr erfolgreich in der Premier League. Aber wir haben es ja auch in der Gruppenphase, als die Gruppenphase ausgelost wurde mit Paris Saint-Germain und Manchester United, hat uns ja auch kaum jemand was zugetraut. Wir haben doch die Gruppenphase jetzt auch souverän dann auch überstanden. Und deswegen werden wir alles dafür tun, dass wir auch Liverpool schlagen und dann ins Viertelfinale einziehen.